ist klar war ich nicht hat man nicht gehört nein ich muss da noch ein leiter machen leiser ist klar alles klar nein das war genäht dann ist ja auch nicht obwohl ich sonst obwohl ich das immer drin lasse aber ich vergesse es auch nicht ob ich gerade immer wieder raus im bereich kann ja auch richtig in die fresse kicken kann kann er dich mal schön in die face kann er dich kicken nicht sterben gerade noch nicht noch alles in ordnung noch betone immer bei die auf doch sagt er noch zentos died i will so hope you died oh mein schwert hat modifier bekommen die sache vielleicht ein leben mehr oder so keine ahnung was ordentliches hin hexagon die musik laufen zigt hat schon teuer ich habe gerade nicht erschaffen keine ahnung weil dann würde ich ticktouch drauf machen und die nicht mehr ich glaube nämlich ich habe auf der schaufe neben mir auch noch modifier frei das würde ich nichts wissen ich kenne mich ja die dinger Tinker Die Bücher heißen anders Material, Energy, New Aber man kann ausleuchten, dass da nix vorhanden Kann In der Meinung, ja Aber mal ausleuchten Was hat er gesagt? Ah, das ist so das Ah, das ist ein Tinker's Weapon Dicke Styleway Auch kein Mensch Oh ja, wohl nix Ich hab's vielleicht Ich hab's mal zu bauen Kann ich irgendwo hoch und runter gehen Wunder das die Drecks Fischer nerven Silk Touch Silk Touch Silk Touch Silk Touch Silk Touch Silk Touch War teuer wie war teuer es geht eigentlich zwingend so ein gold nugget da muss so close herstellen was geht eigentlich noch alle mal wenn hier die mitte ist hammer 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 den hammer den der hammer steckt in meinem kopf den brauche ich übrigens auch mehr lava ja wäre sinnvoll ich könnte die pumpe anschalten oben ist auch kein bau doch wir könnten ein portal aufstellen reicht auch nicht lange ja aber dann könnte ich das ding nämlich jetzt einschalten wir haben nicht so viel eigen was ich gehört kräften gott war warte 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 ich brate ein bisschen eigen durch ich mache gerade auch so dass ich ein bisschen zu obsidian macht dass wir immer obsidian haben dazu müssen ein bisschen mehr haben davon weil hier das generell ist voller lava hier die frage ob der jetzt lava abpumpt schalte mal an gerade so das reicht leitung ist noch voll von dem anderen zeug weiß ab jetzt kommt hier oben an das zeug da möchte man eben den den portable tank dafür was sagt wenn du labe durchjagst wo sehe ich eigentlich funktioniert nicht ich bin ich sag mir wo ich hin muss links oder rechts muss ich denn dahin für durch den ein durchgang der ins innere und dann nach unten hin was ist das denn jahren seite noch wenn jetzt silva hier oben ist auch lava weiß das ist ein teil das unterfließt und hier ist lied ok dann so wie auch auf den anderen teil da fehlt ein stromkabel ja weil ich die noch sind ok das ist alles glas ich bin ich wundere das ein bisschen das magnet an ich habe ich habe ich habe ich habe ja das auch mal die wagen es geht ja noch nicht muss ja sogar durch die leitung gehen hast du da das ist egal na wo ist er problem gelöst ja sie einfach nur die dinge abbauen die pumpe ach so und dann macht das ja sag mir jetzt was du wieder mal geld an gehabt ich wollte also hast du den schein hingesetzt den nehme ich mit oder du bist du mit komm ich von hier nach oben hin ja wenn wir das noch frei räumen können das problem ist die eine seite ist noch mit ja wir müssen ja nur den punkt haben wo wir hin müssen oder nicht ja ich weiß vorsicht 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 unter dir hier ist keine laber weiter unter hier ist es denn das ding ist da warte mach mal in mitte nichts kommst du da nicht hin naja der weiße ist es da ist das so jetzt kommst du raus jetzt sollte das funktionieren und? der kesser ja das ist gut ich sag ja das ding ist standardmäßig da drin so jetzt muss ich die beiden fest abbauen die abbauen alter fässer fässer behindert so jetzt füllt der eine sich mit laber auf mal gucken wie lange kann sein dass wir noch einen zweiten bauen müssen das ist gut das ist gut wir haben hier noch ob sie denn rumstehen deswegen ist es mir auch scheißegal der absilien hab ich achso der ist äh ist der sag nicht dass der jetzt schon wieder voll ist warte mal ist wahrscheinlich schon wieder voll bestimmt ist voll wir müssen die andere scheiße hier abbauen können dieses ne er pumpt noch vulkanitblock geht das nicht mit obsidian? ne geht nicht steht da ne warte mal das ist halt das problem das funktioniert nicht das ist halt das problem das funktioniert nicht noch keine risse ne nicht kaputt machen ne ich guck ob der irgendwann risse reinkommt ne er kriegt das schon aber naja ja ich kümmere mich einem drum boah lass ihn erstmal die lava ding auspumpen er hat jetzt noch nicht weiß noch halt nicht was das für ein abbau level ist oh er ist fertig und hier ist alles voller lava ja ja ich bau ihm den zweiten tank lava können wir immer kochen ja ich weiß deswegen deswegen ist lava gar nicht mal so schlecht wenn wir das haben ähm white kochen bauen wir nicht so nen tank weil das obsidian kostet ja und die barrels sind äh portabel ja und ich weiß sie sind ein bisschen teuer aber sind halt portabel das ist das gute hier ja ich schließe da jetzt noch zwei fässer an das sollten eigentlich reichen zwei fässer wer weiß und so fast produktion und wenn du ne chest mit hast kannst du den ganzen quatsch teilweise immer manchmal reinwerfen aber die chest ist momentan voll ja hallo jetzt müsste eigentlich durchziehen ja hast abgebaut ja ja die guten guten fässer ja du kannst aber viel besser weil du musst überlegen ein ein so nen tank der hat da passen glaube ich 16 eimer rein ja und in einen fassen passen 256 eimer rein ja du bist behindert ja mh 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 ja jetzt vielleicht komm 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 achso gold wollte ich jetzt haben ich wollte gold einschmelzen gold 3 gold muss reichen ja musst du halt schiss haben dass du irgendwie reingeschossen hast oder so ja ich weiß ich bin ja auch netter mensch da muss immer nur die pumpen muss einfach komplett alles bis zur pumpe abbauen die ganzen rohre und die ganzen pumpen dann ist das immer einfach aber habe ich mir zuerst aufgetaucht aber wenn ich die macht gehabt warum nicht also nicht ja weil die müssen wir dann auch wieder alles ausleuchten weil sonst bonte wieder viel zu viel oder lava fehlt kannst du ja machen naja ähm ja alle sind schon wieder frei beide beide ja dann bau noch welche aber das kann sie machen was ich das jetzt macht also eben bauen ich baue eben was denn ich baue noch zwei tanks kessel white zwei sollten aber rein das sind das ist über jetzt eine million lava aber arbeit fertig kommt zwei noch hier dran ja ja kommst du niemals mit aus ich weiß ich seh schon guck mal wie schnell die sich auffüllen hier ja guck mal wie voll der ist jetzt schon wie viele tanks sollst du denn da von den lüften bauen das ist auch ein schild ich gerade in der hand hatte ich gerade ein basic black loo warte mal ich habe auch nicht geblockt gehabt ne obwohl ich hatte geblockt aber dann 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 Hau ab aber jetzt dann ich habe noch dabei glauben button zwei meine heißt sogar cooking pain vielleicht der Coqui dafür brauche ich wieder auf die den jetzt naja wir kommen ja jetzt ganz schnell runter ich sag ja dass das standardmäßig drin ist also es ist halt immer nur zugebaut mit irgendwas dass das nicht funktioniert muss so weit frei klopfen frei klopfen okay die pattern sind fertig ja mit was lässt sich das wohl kaputt klopfen mit eisen sowieso nicht nein nein das muss ähm warte mal das ist diamantenlevel ich weiß auch nicht aber wir stehen ja damit trotzdem nicht vulkanium gucken ob das irgendwelches level cap hat das steht in den recipes du hast ja nicht mit drin kannst du vergessen du meinst das für eine quest ja ich wollte noch mal was probieren das war das ja die ceterium haben wir keine männer was so ein mensch voll aufgebraucht hat was zit äHÄH Ali nix wissen ach da doch das haben wir davon du weißt ja nie was aber man kann da sogar was rausbauen ich will mal was ausprobieren das bauen aber noch paper haben auch noch paper ob da kriegt der e modifier dazu es wäre dann egal aber bräuchte ich denn für den dass er die ability erhöht wir könnten ja pick iron haben wir nicht das ist obsidian level copper kobold stone kobold wir könnten versuchen alumite zu bauen das ist kobold level das ist einer der stärksten ja kobold level stimmt ja das level meint ich meine das hier level ich meine das level alumite ja muss ich alumite herstellen dafür brauche ich für eine quest brauchen wir sowieso alumite soweit ich weiß